85 85 Questions, Past Tense 1 Fragen, Vergangenheit 1 Fragen, Vergangenheit 1 How much did you drink? Wie viel haben Sie getrunken? Wie viel haben Sie getrunken? How much did you work? Wie viel haben Sie gearbeitet? How much did you write? Wie viel haben Sie geschrieben? Wie viel haben Sie geschrieben? How did you sleep? Wie viel haben Sie geschlafen? Wie viel haben Sie geschlafen? Wie viel haben Sie geschlafen? How did you pass the exam? Wie haben Sie den Weg gefunden? Mit wem haben Sie gesprochen? Mit wem haben Sie sich verabredet? Mit wem haben Sie Geburtstag gefeiert? Wo sind Sie gewesen? Wo haben Sie gewohnt? Wo haben Sie gearbeitet? Was haben Sie empfohlen? Was haben Sie empfohlen? Was haben Sie gegessen? Was haben Sie erfahren? Was haben Sie erfahren? Wie schnell sind Sie gefahren? Wie schnell sind Sie gefahren? Wie lange sind Sie geflogen? Wie hoch sind Sie gesprungen? Wie hoch sind Sie gesprungen? Wie hoch sind Sie gesprungen? Wie hoch sind Sie als Ge westend?